So, weiter geht's bei meinen neuen Fleckchen Erde. So, was haben wir denn jetzt hier? Ist es eigentlich jetzt hell oder ist es dunkel? Also ich meine, wird es hell oder dunkel? Weiß ich nicht. So, wissen wir mal. Also wir wollten ja hier oben weiter bauen. Genau, Glas haben wir. Da muss ich mich mal hier raufragen. Auf dieser Sache hier. So, genau. Also ich finde, das sieht richtig spitzig aus. Ach, Holz haben wir nochmal, gell? Das war glaube ich das nächste Problem. Naja, gut, aber wir nehmen erst mal die Glasscheiben hier. Du mal erst einmal, was ist denn das hier? Kreml hier, meine Maus. Geh weg, du Kreml. Das hat dich nicht geleid. So, bin ich jetzt, habe ich jetzt angedockt. Ja, passt schon, ne? So, warte mal. Ich mache das mal von da, dass ich nicht runterfalle, ne? So, genau. Okay. Okay. Ja, muss ich halt einmal noch Holz holen. Gelegenheit. Mensch, immer wenn ich aufnehme. Hört mal der Hals, ey. Gibt's doch wohl nicht. So was, ne? Habe ich jetzt, ich habe es. Habe ich das jetzt eher zu, ja? Meine Tülle darf die Jucken. Oh, Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Holz, oder? Jetzt wird's dunkel, oder was ist jetzt los hier? Ja, ich weiß auch nicht. So, ich glaube, jetzt geht's wieder. Mann, immerzu habe ich einen Flur im Hals. Das ist immer, wenn ich jetzt so viele Folgen aufnehme, dann juckt mir irgendwann der Hals, ey. Vorher jetzt schon was aufgenommen. Tropicall, äh, Tropicall Paradies. Und dann noch Dietz Wies. Ja, wenn man zu belautern muss, denke ich. Dass das dann einfach irgendwann trocken ist im Hals, ne? Nehme ich mal an. So, zack. Setzlinge haben wir auch hier. So. Okay. Tun wir noch einfallen, fällen, fallen, fällen, fallen, bis die Axt kaputt ist, würde ich sagen. Jawohl, so machen wir das. Aber ich trinke noch schnell ein Schlückchen, ey, ist wieder auf Aus, ist hier. Oh, Alter, Schwede, hä? Musst du immer zu, zu trinken parat haben. Siehst du, Alter, also den Baum müssen wir uns mal bei Gelegenheit vornehmen hier. Weil da ist ja nur riesig hier, ne, mit diesem Holz bestückt. Ich meine, gut, wir können hier grob was weghauen. Aber nicht die Welt, ne? Weil, ach, das sieht von beiden richtig gut aus, meine ich, hä? Denkt mir. Ich finde, es schaut gut aus. Unten den Baum machen wir noch. Und dann dürfte ja meine Axt, denke ich, mal langsam platt sein, ne? Ja, ist ja platt. Dann mache ich aber jetzt trotzdem noch das hier kaputt. Oder habe ich noch? Ne, oder? Ne, weil ich brauche das jetzt noch, das Holz. So, noch schnell was trinken, jawohl. So, die Sweater lässt sich auch zur Zeit zum München übrig. Obwohl es mir jetzt eh recht ist, weil ich kann ja eh nicht großartig rumhuppen. Dann ist es, wie es ist, ne? Dann könnte es ruhig ein bisschen rumregnen. Und dann ist es so. So. Jetzt gucken wir mal mit diesem Holz hier. Wie kriegt man raus? Ja, das könnte erstmal gut sein. Da tun wir das jetzt hier oben noch schön verteilen. Danke hier. So. Ich muss auch langsam mal gucken, wie habe ich, wenn wir essen? Doch ein bisschen essen habe ich. So. Komm, geh drauf hier. Oder warte mal, oder geh ich da drauf? Da vielleicht besser, genau. Habe ich jetzt schon... Ja, toll. Viele Folgen aufgenommen hier. So, weiter geht's. Ach, sag doch mal. Was geht denn hier? Aber jetzt, komm. Concentration jetzt, ja. Wenn ich diesen Leuchtturm baue, muss ich eh mal sehen. Also ich habe da schon ein bisschen so ein Bild im Kopf. Da wäre ich so das untere Stück so ungefähr wie bei der Mühle machen. Und dann, ja, halt einfach immer drumherum. Bis wir die richtige Größe haben. Und dann mal gucken, was wir das mit, äh... Auch mit bunten Glas. Am besten mit bunten Glas, weil das soll ja leuchten, ne? Und dann vielleicht dann noch innen schön Fackeln ziehen. Dass das halt schön leuchten tut von beiden, ne? Aber wenn ich das jetzt mit Wolle mache, dann leuchtet das jetzt nicht großartig. Also ich denke, da kann man ruhig von unten bis oben das Ding mit Wolle... Ach, mit Wolle. Mit Glas auskleiden, ne? So, jetzt haben wir das schon mal fertig hier. Da mache ich jetzt hier den Abschluss drauf. Und dann kommt ja da auch bald das Dach drauf, ne? Jetzt weiß ich bloß nicht, mache ich ein gerades Dach oder mache ich ein... Ein schräges Dach oder ich mache ein halbschräges. Das könnte ich auch machen, ein halbschräges, genau. Sieht das eigentlich jetzt von hier oben so aus alles? Ja, ganz nett, ne? Vielleicht können wir ja auch heute mal noch... Wir müssen ja das Haus nicht gar fertig bekommen heute. Vielleicht können wir ja doch auch schon mal versuchen, ein bisschen Ritzen zu finden. Dass wir endlich mal einen Kompass haben, in der Uhr. Dass wir ein bisschen hier... Wisst schon, ne? Sile... Silevis... Silevis... Herrlich. Silevisiert. Jetzt habe ich es, glaube ich. Silevisiert. Ach, ne, egal. Das ist auch wie Sprachstörung, kann man sagen, gell? Silevation. Sileviert. Lasse ich das auch schon mal hier so, wie es ist? Weil ich ja noch nicht weiß, ob ich das dann flach oder anders mache. Heute schaut richtig gut aus. Wenn ihr das jetzt euch so vorstellt, so ungefähr diesen Leuchtturm. Vielleicht noch blaues, klar. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach, ne, dann bis zwei Farben. Und dann... Ja, gucken wir mal. Hier ist noch ein Stückchen Holz, wollte ich mitnehmen. So. Okay. Sehr schön. Schaut doch richtig gut aus. Ja, da können wir schon wieder ins Bett gehen, würde ich sagen. Eigentlich wollte ich nochmal noch schnell hier diese... Samen, äh, dieses, ähm... Mitnehmen hier... Vielleicht brauchen wir ein bisschen was zum Essen. Nehme ich langsam hier... So, im Moment habe ich jetzt noch dreimal, genau. Das mache ich jetzt noch schnell. Und da wird schon nicht gleich was kommen hier. Ansonsten habe ich halt Bech. Und das ist eigentlich hier alles fast. Geh, kann man sagen. Da machen wir einfach alles und gut. So, genau. Sehr schön. Das flutscht ja hier mit meinem Weizen. Suppi, hier ist nichts drin im Wasser, nein. Also Zombies, muss ich sagen. Na gut, ich bin nicht oft da. Dann denke ich mal... Da haben die ist nicht so, ne. Mit mir. Denke ich halt mal. Also das sieht eigentlich ganz gut aus, die Hütte, würde ich sagen. Haben wir eigentlich noch ein paar Fackeln. Ach, eine bloß. Na, dann machen wir die Hütte erst mal zu. Und dann gehen wir hier runter. Und ich gehe mal... Mich vorbereiten für diesen Gang in die... Höhle. Irgendeine Höhle halt. Egal was. Oder mal essen. Habe ich jetzt das hier. Hier ist dann noch ein paar Kohle. Eisen. Dann nehme ich das hier. Ein paar Steine noch. Das können wir mal noch zwischendurch schmelzen. Ja, dürfte gehen, ne. So, also machen wir erst mal die Fackeln. Halt das da hin. Ein bisschen Licht brauchen wir schon mal. Da muss ich mal gucken, ob ich jetzt... Welche Höhle ich jetzt nehme. Da waren ja doch ein paar Höhlen zur Auswahl, ne. So, warte mal das da. Und dann das da. Eins dürfte lang, würde ich sagen. Dann nehmen wir die, nehmen wir bloß, wenn wir jetzt... Ähm, was Harteres finden. Wo wir drauf rumhauen müssen. So, am Ende machen wir das so und das so. So eine bauen wir noch. Jawohl. Vielleicht noch schnell eine Schaufel. Schaufel kann man eigentlich auch immer. Ach, ist ja noch eine gebrauchen. Gebrauchen. Das tun wir raus. Das brauchen wir auch da unbedingt. So, da mache ich mir noch ein Stückchen Brot. Jetzt hier zurecht. Mit Butter und Salami drauf. Naja, okay. War ein Scherz. Aber man kann sich ja denken, gell. Achso, und ich wollte diesen... Äh, dieses, äh... Moment, bin ich falsch. Ich wollte hier das noch ein bisschen schmelzen, das Eisen. Fürs nächste Mal. So, zack, zack. Zack. Das, was wir nicht brauchen, haben wir jetzt rein. Dass uns hier nichts verloren geht. Die Erde, die nehmen wir noch ein paar mit. Ja, da denke ich, kann man auch mal gebrauchen. Auf so einer Tour. Und ich habe mich schnell in die Falle rein. Jawohl. Ich trinke noch schnell was. Subi. So, jetzt gucken wir mal. Achso, wollten wir jetzt hier weiterbuddeln, oder? Ja, wäre eine Idee, oder? Habe ich jetzt noch. Ja, wir wollten doch hier weiterbuddeln, ne? Ja, eigentlich wollten wir hier weiterbuddeln. Wir können doch auch hier weiterbuddeln. Ich mache jetzt hier mal Stickis schnell draus. Und da wäre ich mir jetzt hier mal schnell ein paar Leitern basteln. Dass wir ein bisschen tiefer mal kommen hier. Und das mal Rettstone mal finden. Na prima, Enderman hier noch näher hier. Ein Enderman. So, 39 haben wir jetzt. Machen wir noch ein paar. Jawohl, gut, das langt erst mal, würde ich sagen. Das langt. So, komm her. Ich brauche das jetzt hier rein. Wo sind sie denn jetzt, die Stickis hier? Gut, 37 fackeln. Können wir lang. Wo ist jetzt dieser Enderman abgeblieben? Soll mir ja aus den Augen gehen, ey. Ich buddel jetzt einfach hier rein. Und, äh, ja, kommen halt dann wieder hoch, ne? Mit einer Leiter. Ja, logischerweise. Jetzt kann es ein bisschen dunkel werden mal. Aber, was soll's. Ich mach gleich Licht an. Stopp, hier ist Erde. Gut, dann mach ich hier mal schnell ein bisschen Licht an. Und, wird er sagen, wir buddeln hier mal ein bisschen rein. Jawohl. Dann haben wir uns schon mal ein bisschen... Ja, dann machen wir das so. Genau. So machen wir das. Warte mal, wo ist jetzt hier dieser Aufgang? Da. Zack, zack, zack. Na, ist ja egal. Weil die Roma uns jetzt nicht stellen. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen tiefer hier rein. Hätt vielleicht mitzählen sollen, ne? Wie weit ich jetzt hier tief bin. Oder steht das bei F3 dort? Steht da irgendwas? 73. Was ist das da links? Ne, oder? Ne, ist egal. Ist nicht so schlimm. So, da buddeln wir einfach mal rein. Ich mein, man muss ja auch mal irgendwo reinbuddeln. Dass man auch mal vorankommt hier, ne? Sonst wird das ja nix hier. So. Okay, oder gehen wir noch ein bisschen tiefer? Könnte man natürlich auch machen, ne? Mal schauen. Bis jetzt ist mir nämlich hier noch gar nichts anzubieten. Warte mal, ich geh erstmal wieder leider mal hoch hier. Ich gucke mal. Eins, zwei. Hä? Drei. Drei. Hä? Moment. Hä, was ist schon? Hier muss noch einer hin. Da muss noch einer hin. Komm her. Ah, zack. Was ist denn jetzt? Ach, die Lampe. Äh, das Licht stört hier. Muss weg. Das muss weg. Machen wir es so. So, das ist ja meine Mine hier. Soll ja eine Mine werden. Also nimm mal so auch, ne? Logischerweise ist es so weit runter hier. 22 haben wir noch solche, ähm, solche dollen, ähm, Fackeln. Da mach ich hier mal schnell ein wenig Licht an. Da gehen wir vielleicht hier hinten jetzt mal runter. Genau. Drei, vier, fünf, sechs. Ach, mir geht einfach mal ein paar runter hier. Ich muss halt bloß aufpassen, dass ich nicht zu weit runtergehe. Dass ich auch wieder hochkomme dann. Okay, das dürfte erstmal langen. Dann machen wir jetzt hier mal wieder die Leiter hoch. Moment, da müssen wir hier anfangen. So. Weil sonst sind die Leiter dann irgendwann aus und ich komm nochmal hoch, ne? Gut. So schaut's gut aus. Neun Stück haben wir noch zur Auswahl. Dann mach ich hier mal schnell ein wenig Light an. Na, was ist denn jetzt mit dem Licht? Hä? Hallo? Kann ich jetzt kein Licht machen hier? Geht das jetzt nicht? Ach, jetzt. Na, was ging doch sonst? Oh, haben wir hier irgendwo hingeklatscht. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Na gut, okay. So sind wir doch schon ganz schön tief gekommen. Ich buddel jetzt einfach mal hier so einen Gang rein. Oder gehe ich noch tiefer? Also neunmal hätte ich ja noch jetzt anzubieten, ne? Ist aber auch gar nichts hier, ne? Irgendwie. Hier ist Kies, das schaut schon mal gut aus vielleicht. Dass man dann, meist ist ja so, wenn Kies irgendwo ist, dass dann da ich die richtige Höhe habe oder so. Mach das einfach mal weg hier. Warte mal, brauche ich ein Licht oder so. Ich werde schon mal aufzuhauen. Alter. So, warte mal ne. Oder Schaufel. Gut, dass wir Schaufel mitgenommen haben. So, genau. Machen wir diesen ganzen Kies mal weg hier. So, jawohl. Sehr schön. Und buddeln hier einfach mal. Mach ich jetzt hier weiter oder da weiter. Na, ist egal wie. Eigentlich haben wir ja schon eigentlich die richtige Höhe. Hoppala. Hier ist ne Höhle und Lava. Ja, supi. Ne Höhle und Lava. Was auf, ich mach hier diese, diese Lava zu. Die Lava mach mal zu. Zack. Jawohl. Da haben wir jetzt jetzt hier Ruhe. Und wir gucken hier unten mal, was hier unten los ist. Aber erst esse ich ein Stückchen Brot. Und ich mach noch eine Fackel her. Oh, es tut gerade Nachtmars Kind. Spinn. So, hier haben wir schon mal Kohle. Oh, sehr schön. Guckt mal, Kohle haben wir hier. Ich muss diese Fackel wieder weg machen. Oh, da macht ein gescheiter Junge. Ich hoffe jetzt bloß, dass jetzt hier keiner... Ich meine, keiner Lava auf mich zufließt. Ansonsten... ...haben wir halt weg. Mei, der macht ein geschreiter Nachbars jung. Passt denn wieder irgendwas nicht, weißt? Da legt er wieder alles zusammen. Ist ja schlimm. Naja gut, Kinder halt. Gut, stopp. Nehmen wir die nächste. Spitzhacke. So, jawohl. Komischerweise kommt hier kein Zombie hier unten, ne? Oder muss ich irgendwie diese Einstellung ändern? Moment. Musik und Geräusche. Kreaturen. Einfach, normal, schwer, friedlich. Einfach. Ja, normal. Machen wir halt normal, ne? Deswegen, dass jetzt mal was ab hier geht. Vor allem brauch ich auch mal ein wenig... Haben wir alles? Knochenmehl oder sowas. Ich meine... So, warte mal. Jetzt bin ich noch da gelaufen. Ne, das ist jetzt nicht hier verlaufen, ne? Das war ja schon auch dann... ...ganz fatal. Ach, da habe ich jetzt die Kohle mitgenommen. So, hier unten ist jetzt ein Eisen. Das nehmen wir gleich mal mit. Oder ich tue erst mal hier ein Stückchen vorlaufen und erkunden. Oh. Da ist ein Skelett. Ein Skelett. Komm her, du. Das klingt, wie als hier irgendwo Schleimis sind. Oder wie als hier eine Falle wäre, ne? So klingt es fast. Oh, geil. Haben wir echt mal eine schöne Höhle gefunden hier. So, ich muss mal halt bloß diesen Weg etwas merken. Naja, am besten den Fackeln entlang, wa? Aber ich denke mal mit dem Klatsch... Klatsch da hinten ist ein Spawner vielleicht. So ein Schleimis-Spawner, wa? Ist auch cool. Fackel hin, jawohl. Zack. Boah, ist ja richtig... Was ist los hier in dieser Höhle? Also Kohle gibt es hier. Viel. Wahnsinn. Oh. Ne Sackgasse. Na, das ist ja jetzt blöd. Naja gut, macht ja nichts. Kann man ja noch ausbauen in dieser Höhle. Erstmal schnell ein Stückchen Brot. So, Eisen. Jawohl. Haben wir davon entdeckt. Aber wir müssen ja nicht jetzt alles hier mitnehmen. Gucken wir mal. Wo war das jetzt? Hier ist viel, viel, viel Kohle. Hier. Hier. Genau. Wenn ich jetzt einfach mal hier noch neuner niedergehe. Ich meine, wir haben ja noch neuner, ne? Oder hier vorne. Nur diese Erde wegbuddeln. Moment. Irgendwo muss hier was sein, ne? Auf alle Fälle. Ah. Scheiße, da sind sie ja. Tja, ist das süß. Ist er putzig. Ist er geil. Ist er geil. Ich bin jetzt hier in der Höhle entdeckt. Ah. Huh. Jetzt wird's dann langsam kritisch hier. Oder da, ne? Wird's dann langsam kritisch hier. Also da können wir ja echt mal noch geil. Ah. Gold. Na, hier sind doch schon mal die Schleimies. Ach, die Scheiße. Tja, hier geht's ab. Hier geht's ab. Hier werden wir erschossen. Da kommen wir jetzt ja richtig ab. Das Skelett. Scheiße. Jetzt muss ich doch mal was machen, oder? Irgendwisse. Also hier ist viel los. Muss ich sagen. Ich geh bald drauf, glaub ich. Ah, nein. Na, egal. So. Pff. Ist nicht so schlimm. Gehen wir einfach wieder hin. Los. Zack. Juhu. Ich wurde von einem Skelett erschossen. Oh, nein. Hätte ich jetzt Hardcore, hätten wir Pech gehabt, wäre es das nämlich schon wieder gewesen. Aber wir wollen ja keinen Hardcore haben. Wir wollen ja das mal so machen. So, jetzt muss ich aufpassen hier. Moment, da. Ne. Hier lang gelaufen. Genau. Dann war irgendwo hier ein Loch in der Wand dann. Ja, da. Ne. Da ist das Loch in der Wand. So, jetzt muss ich aufpassen hier. Ich bin... Ach du meine Güte. Nichts gelaufen. Okay. Ach. Shit. Ich werde mich doch schon hier. Schwertchen hätte ich schon anzubieten. Kommt. Los, komm. Ach. Bäh. Okay. Okay. Alles gut. Wir haben diesen, äh... Dieses Skelett und diesen Creever in einem erledigt. Oh, herrlich. Ich mach hier mal Fackel wieder her. Das ist ja Wahnsinn. Boah. Unglaublich, aber wahr. So, jetzt gucken wir mal weiter hier. Okay. Jetzt wird's langsam mämisch. Kritisch hier. Aber. Lustig. So, ist jetzt mein schönes Schwert. Ach hier. Wird schon zu sagen. So, hier wäre ich jetzt hier so eine Barriere hier hinbauen. Weil wenn so viele Skelette hier jetzt kommen, ich weiß ja nicht, ne. Ob die dann, ob die dann, äh, da hinten, genau, da kommt man aber noch durch. Ob der halt in Spawner ist oder so, das ist mir halt jetzt so nett sicher, ne. So, da hier machen wir Fackel her. So, das hier oben machen wir weg. Genau. Jetzt gucken wir mal weiter. Ist das spannend. Also wir wollen eigentlich bloß ein wenig Redstone haben, ne. Oh, hier ist aber schon sehr spannend hier. Ist wieder Lava irgendwo. Gut, dann lassen wir das hier. Gold ist auch nicht schlecht. Aber wir wollen ja Redstone. Die Barriere lassen wir erst einmal. So. Lassen wir auf, oder? Machen wir ein Loch draus. Machen wir ein Loch. Machen wir zu, genau. Komm, machen wir zu. Dann gucken wir jetzt hier hinten mal weiter. Wenn ich ja wisst, wie tief ich bin, Mensch. Gold gibt es hier jedenfalls. Sehr schön. Gold ist immer gut. Na komm. So, okay. Da war es das hier. Sehr schön. Gut. Boah. Jetzt würde ich sagen, jetzt nehmen wir mal was mit hier, weil... Sonst sind wir wieder platt, wa? Jetzt werden wir jetzt erstmal ein bisschen Eisen. Das brauchen wir jedenfalls auf alle Fälle. Eisen ist immer gut. Warte, ich mache noch schnell ein bisschen Licht an hier. Dass man was sieht, ne? So, voila. Sehr schön. Das Gold nehme ich jetzt hier auch noch mit. Schnell noch. Es ist wahrscheinlich kein Spawner hier. Es ist vielleicht, weiß ich nicht. Wo ging jetzt das Gold kaputt? Ah ja, das ging kaputt. Shit, muss ich so ein... So ein Werkzeug nehmen. So, dann nehme ich halt die Kohle ja noch mit. Was soll's jetzt? Ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber wir müssen echt nochmal weiter tieferbuddeln, dass wir, wie gesagt, auch was finden, ne? Also... Redstone und so, das ist ja doch erst in einer bestimmten Tiefe, ne? Das sind wir jetzt, glaube ich, noch nicht angekommen. Ich weiß es nicht. Ist schwer zu sagen, ne? Ob wir jetzt schon in dieser Tiefe sind. So, gut, da haben wir die Kohle. Einmal Gold haben wir, wa? Jawohl. Also, mich würde es jetzt schon reizen, aber ich trinke noch schnell einen Schluck, da hinten nochmal zu gucken. Ach, mein Gott, das ist da. Na ja, muss noch mal einen Augenblick warten jetzt. Da muss ich jetzt mal einen Augenblick durch jetzt hier, wa? Da kommt ja nämlich noch schnell das Gold mit hier. Oh, das war bis zwei was, ey. Und tuppeln wir hier drauf hier. Zack. Oder sparen wir hier auch so ein Löschlein durch. Wo haben wir jetzt diese... Jawohl, aber erst muss ich mal noch schnell ein Stückchen Brot essen. So, voila. Gut, dann baue ich mir jetzt hier einen Weg rein. Dass ich auch ein bisschen wieder schneller ankomme. Wenn ich hin will halt, ne? So, jawohl, dann machen wir hier noch schnell einen kleiner Erkundungs-Dor. Ach, du meine, fress, ich ist noch mehr Gold. Oh, da haben wir aber echt eine... Wow, sauber, 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 sauber. Eine geile Erkundungs-Dor. Also, hier gibt es noch mehr. Hier ist noch mehr jedenfalls. Oh, das ist ja Wahnsinn. Also, hier ist schon was los. Hier wird was... Oh, jetzt tun. Auch Wasser. Hier wird was geboten. Wasser. Das nächste Mal nehme ich Wasser mit. Hier ist noch mehr Gold. Warte mal, die Fackel ist hier scheiße da drin. Die soll wegen mehr... ...leuchten hier. Okay, hier ist Wasser. Sehr schön. Einmal wäre jetzt auch nicht schlecht, aber okay. Wahnsinn, also hier haben wir echt... ...in eine starke... Wasser ist jedenfalls. Da wäre ich da hinten diesen See mit Oxidon begießen. Da haben wir auch ein bisschen was für's Höllendor. Können wir auch machen noch. Oh, haben wir auch so viel zu tun, Mensch, Leute. Oh, hier ist noch mal Gold. Da können wir uns nicht mehr retten vor lauter Arbeit hier. So, da wäre ich jetzt aber trotzdem erstmal wieder hochgehen. Also hier ist schon echt... ...was geboten, oder? Ich gucke noch schnell hier lang. Mache hier schnell so einen kleinen Weg. Wenn das einmal, wenn man in einer Höhle einmal drin ist, gell? Da kommt man nicht mehr raus, ey. Das ist schon... Wahnsinn. Und man weiß nie... Oh, hier unten ist Rätston. Oh, das nehme ich jetzt mit. Das nehme ich jetzt mit. Das war wenigstens... ...einmal... ...aufpassen hier. ...was Schönes... ...gefunden haben. Okay, dann nehme ich jetzt den Rätston hier mit. Ich hoffe, jetzt kommt hier nichts. Und hau wieder ab. Erstmal. Ja, und dann... ...dann können wir uns ja mal Gedanken machen, wie diesen... ...woah, 17 Mal. Wegen diesen Kombos. So, dann machen wir schnell wieder aufwärts hier. Schnell wieder aufwärts. Aber ich komme jetzt wieder hoch hier. Wasser kann man schon tief fallen. Man muss aber auch wieder hochkralen, ne? So, wo bin ich jetzt hochgekommen? Hier oben irgendwo, jawohl. Hier ist eine Fackel. Also hier hoch, genau. So, jetzt schnell wieder heimwärts. Aber ich finde ich jetzt wieder heim. Ha, ha, ha. Witzig, ne? Das ist eben, wenn man schon so viel erkundet hat. Ah ja, hier war dieser Weg, genau. Also in Spurna ist hier nicht gewesen, okay. Da waren die, äh... Plotschdinger oder wie auch immer. Schleimdinger, die waren zu wenig. Die Beihara lasse ich erst mal, wie sie ist. Okay, da haben wir doch erst mal hier einen richtigen... Ja, hier geht's lang. Coolen. Hoh! Was ist denn hier? Ich hoffe doch jetzt, dass ich wieder heimkomme. Aha, ha, ha. Das war ja jetzt fatal. Oh, oder? Oh, Gott sei Dank. Uh, wir kommen wieder heim. Gott sei Dank. Okay, und wieder raufwärts. Also die Zombies gehen, glaube ich, nicht die Treppen hoch. Hoffe ich doch. Entsonsten ist es halt so. So. Ja, Wahnsinn. Dann müssen wir hier dieses... Diesen Schacht mal irgendwann mal dicht machen. Also mit ein... Also hier, übernachten kann man schon noch. Aber es ist halt gefährlich geworden jetzt, ne? Hier mit diesen Zombies. So, dann muss ich erst mal meine Ausbeute hier weglagern. Oh, geil. Und dann können wir ja das nächste Mal... Da machen wir es gleich noch. Ach komm, da machen wir es gleich noch. Ups. Das nächste Mal... Also wir machen jetzt gleich noch diese... Diese... Diesen Kompass. Und diesen... Diese Ohr. Warte mal, das brauche ich doch jetzt alles nochmal. Moment, ich gucke mal schnell. Ach, da guckt schon der Frecker. Da guckt schon. Ne, komm, ich lasse ihn schnell rein. Bis gleich. So, bin ich wieder da. Ich gucke mal schnell, wie dieser Kompass ging. Ah, sehr schön. Also Gold. Ach, Karten kann man ja auch machen, sehe ich ja gerade. Da brauchen wir Papier. Dann Kompass, jawohl. Also Eisen und das Gold müssen wir schmelzen hier. Eisen, Gold schmelzen. Zeige mal her. Zack, zack, zack. Ich meine, wir haben ja jetzt schon Eisen hier. Warte mal, sechs Mal. Ich brauche vier Mal. Genau. Und dann machen wir noch das schnell das Gold hier. In der Zwischenzeit bauen wir schon mal einen Kompass. Ach halt, ich brauche noch was zu retten, natürlich. Ohne das wird es nix hier. So, ein Papier. Ach, haben wir noch nicht. Können wir mich auch Kappen bauen. Das ist ja auch cool. Können wir auch machen, noch bei Gelegenheit. Brauchen wir halt noch einen Kompass dann. So, dann machen wir erst einmal hier dieses. Genau, jetzt haben wir einen Kompass. Yippie. So, dann müssen wir hier nämlich uns mal irgendwann niederbratschen, dass wir dann hier so wie einen, sagt man, Spornpunkt haben halt, ne. So, haben wir noch Eisen da. Also das, was wir gefunden haben jetzt, ne. Ne, müssen wir dann hier, hier noch ein bisschen Gold, fünfmal. Jawohl, da können wir gleich noch eine, eine Ohr basteln. Die ging auch so. So, suppi. Und da wissen wir doch immer, wie die, ähm, jetzt ist die Sonne hier drüben. Genau, und da ist sie dann, geht sie unter, die Sonne. Also hier geht sie unter, und jetzt ist sie halt, da oben halt, ne, oder so. Ja, oder so, genau. So, ich brauch bloß noch ein bisschen Eisen. Warte mal, ein bisschen Eisen noch. Da könnte ich doch noch so einen Kompass bauen. Und, ähm, warte mal, jetzt wird es dunkel, oder? Ist es jetzt dunkel? Achso, hier sieht man es. Ne, also laut der Ohr wird es gar nicht dunkel. Laut der Ohr ist die Sonne da oben. Genau, das passt. Ich hole mal noch schnell ein bisschen, ähm, ein bisschen, ähm, Mensch, Zuckerrohr. Weil ich will nämlich noch, ne, Karte mal basteln. Da kann man doch auch ein bisschen uns so orientieren, ne? Karte gebastelt ist doch stark. Müsse ich bitte mal gucken. So, Moment. Wie ging das jetzt? Äh, nee. Zucker, Papier. Na gut, das kann ich ja das nächste Mal machen. Dann nehme ich das jetzt erst mal hier. Ach, mit Jolly. Mit? Ach, mit Jolly nervt grad. Ich muss jetzt halt Pause machen. So, warte, ich mach das nächste Mal mit dem Ding weiter hier. Aber, ich do noch schnell. Ja, dann mache ich halt das nächste Mal noch ein Kompass. Oh, Jolly! Spin da rum, komm mal, der Frecke. Weißt du, will er Aufmerksamkeit haben? Und da spinnt er voll rum, ey. So, jetzt haben wir jedenfalls schon mal einen Kompass, Zubi. Und eine Uhr. Ja, ja. Guck, ich seh, die Sonne geht langsam runter. Aber ich muss mich dann, ich warte hier noch ab, bis es dunkel wird. Und dann mache ich Stopp. Also, komplett mache ich jetzt eh Stopp. Weil ich möchte dann mal noch einen Spornpunkt setzen hier halt, ne? Genau, okay. Also, ich sage schon mal Tschüss. Und dann sehen wir uns das nächste Mal weiter. Bye! Äh, wieder meine ich.